einen schönen guten morgen leider schon der vorletzte tag morgen ist sonntag da geht es schon fast wieder nach hause wir fahren erst montag zurück aber am morgen müssen wir das haus hier verlassen deswegen fangen wir jetzt langsam schon mal an die ganzen spuren von mallorca zu beseitigen bisschen sand hier und auch hier hinten muss erstmal noch mal alles raus und bisschen sauber gemacht werden damit wir später das auto packen können viel spaß ausgesaugt ist er jetzt müssen wir noch für die große fahrt zurück ein wenig sauber machen los geht's wir haben uns eben frisch gemacht fahren jetzt noch mal ganz kurz einkaufen paar sachen holen die wir mit nach hause nehmen wollen und dann sind wir gleich wieder zurück so 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 Wir verabschieden uns für heute. Wir sehen uns morgen früh. Nicht mehr in diesem Haus. Doch morgen früh noch in dem Haus. Aber morgen Abend dann nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwo in dem Hotel. Und sagen gute Nacht. Bis morgen. Ciao. Bis morgen.